Ja, ich weiß, ich bin unnötig und ich mache jetzt schon wieder Kisten auf. Aber das lasse ich mir nicht gefallen, dass ich da nur Blut ziehe. Es ist mindestens eine AK drinnen, nach der Reaktion, die es eben gemacht hat. Es ist unter aller Sau, Nächste. Komm, gib mir ein Knife, gib mir ein Knife, Blind Opening. Und Licht. Das ist wirklich nichts. Äh, ich habe eigentlich fast nichts gehört, aber das... Ich schätze, es ist blau. Ja, es ist blau. So blau, wie ich heute Nacht sein werde. Die dürfen wieder die AK-Verpäe. Ich meine, warum? Dann kommt doch wieder ein hässlicher Bison. Schreibe. das ist sicher ein Hurenkind dahinten und sagt so ich habe die Akkarte ist das vierte fünfte mal vorbei in fünfzehn Kisten oder sechze ok siebzehn sie die vier fünfmal vorbei nicht dass die mal stehen bleibt da oder so es kommt sowieso nur blau was ist das wieso packt es gerade so ab dass die alles vorbei komm mal K geh nochmal vorbei du Hurenkind ok dann bleib ich bezahnt sich Spektronkisten und mei ok es ist mal Pöte ja ja actually die Basis das ist kein blaues Blatter du bist scheiße so ne jetzt reiben wir mal die Akkarte die kommt jetzt ich kann nicht sagen dass die da fünfmal vorbei zieht halt bist du und ist er los also kommt er nur blau Die können da ruhig mal die Chance überfragen, das ist nicht der, wo man alles Gutes bekommt. Wow. Die letzte Beendung, die kommt auf meinen anderen Account, okay, viel zuerst halt. Was kostet das ein Euro? 1,80, 1,80. Es lag, ich weiß nicht was da los ist. Ist da was überfordert? Die CPU-Auslastung? Naja, eigentlich nicht. Es ist schon höher als normal, aber... Jetzt. Auch nicht so, dass es in den Grund hätte zu lecken. Jetzt reicht es mir. So, jetzt kommt das Knife. Und zwar in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften. Warte mal, eins, zwei, drei, fünf, vier. Wie machen wir das? Jetzt zwei, drei, vier, fünf. In eins, zwei, drei, vier. So machen wir das. So machen wir das. Mit dem Knife. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist gerade wieder ein Redskin vorbeigezogen. Da ist wieder kein Drecksblatt, kein Blaues. Es schaut eigentlich so... Übertrieben aus. Da, die AK, das sechste Mal. Hu! Da ist sie! Okay. Das ist nice. Ich weiß nicht, wie das mit dem Float ist. Aber die schaut gut aus. Aber ich glaube, das ist... Man sieht da auch bei Battle geben keine Kratzer. Sondern, dass sie einfach nur dunklerer wird. 0,4. Hm, was sag ich. Abgenutzt. Sieht aus wie... Fn. Aber die AK ist da, Jungs. Es ging die sechsmal vorbei oder so. Und dann kommt sie nochmal. So, und jetzt das Knife gleich hinten nach. Und dann sind wir... Wieder Freunde geben. Das sind die wieder Freunde. Für die nächste Zeit. Neh, ich wirb da drauf. Ja. Ah, ist wieder kein Blaues Blatt. Komm schon, komm schon geben. Gib mir dein schönes Knife. Huntsman Sapphire. Oder Ruby. Würde ich alles geben. Nur ihr damit. Oder Shadow Tegas. Falcon Knife. Egal was. Gib mir einfach ein... Wie oft geht die bitte vorbei? Das siebte Mal. Ich meine, ich habe sie schon einmal gezogen. Aber ich geh sie sieben Mal vorbei. Ich schaue euch gleich nach, was hier gar nicht serviert ist. Bleib stehen. Oh, doch zuviel. Ich dachte. Du weißt sie. Und jetzt gehen wir hin. Und dann gehen wir hin. Und du fährst das Geld schon wieder an den Linken. Mit meinem Spin. Aber nur fast. Das heißt da muss noch was hier. Treiben wir jetzt mal die USBs, fahren da so entlang, streicheln ist ganz sanft, Kamera, chill die Base, mach mich nicht besser, als was mich die Softboxer schon machen, wer spielt ja gar nicht die fucking abgeschickte Schrotthinte, und wer müde dann diese Skin dazu verwenden, der ist ja übertrieben wässlich. So, jetzt noch einmal irgendwie reinlacken, irgendetwas von da unten, ich mein, das wär jetzt halt nice, also niceres, äh niceres nice, das wär dann wirklich das, was mir ja eigentlich zustehen würde. Die letzten drei. So, ich mach jetzt die Blind Edition, ich höre einfach nur drauf, was kommt. Was ist nicht so spät, der Grunde ist. Weil es ist, es geht. Nein, immer, wenn ich bleibe, wieso. Kamera. Hm, das überlichtet sie wieder nicht. Was soll die Scheiße? Komm bitte, gib mir ein Neib. Ich geh sogar jetzt auf Knie. Ich nehme ich niedergeben. Komm gegen ihn, bitte vielmehr der Snipe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. 0,1, 5. richtig schwulen blick was sie es nicht mehr wird da geht gerade eine welt in bruch für mich ich hätte mindestens mit 50 euro gerechnet schade schade ja aber 22 euro sagen wir mal die ak war 43 27 43 sagen wir 45 im prinzip ich werde es nicht mit dem ganzen gelten im plus aber mit 50 euro was jetzt nachgeputert hätte schon stellt sich mir die frage ich habe eingeladen das könnte ich nicht die glücksträhne sein daten der nicht einfach so ziehen lassen es wäre gar nicht wieder richtig behindert wenn ich das machen würde es wäre so richtig komplett behindert welch man wenn es nicht richtig komplett behindert wäre dann wäre das ja nicht ich oder ich bin es einzelne so und es kommt mir was leistet dass es weiterlaufen wie das ist nicht als die lieben dass mich rein lacken in seiner ich habe das gerade das rote ist vorbeigegangen dann müssen der augenwinkel und dann komplett wegziehen oder komplett hinziehen das geht so schnell du machst eine kiste auf dem zwischen ziehen oder in dem fall jetzt wie viel mache ich jetzt auch für 50? 40 ist... ne ich kenne ich noch auf rund 50 theoretisch theoretisch... wo habe ich denn angefangen? ich glaube... hier 1 6, 12, 18, 19 ne ich mach das anders ich mach mal einfach die kiste auf guck ich weiter und kein blaues blatt drauf die wäre es wahrscheinlich static ne ist sie nicht bitte game komm lass 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 mir da ich nehme irgendwas ich nehme einfach ein knife ich nehme es freut dich nicht ich wähle das knife aus und jetzt ziehe ich das knife so pew 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 ich glaube dass die briefing sogar noch mehr wäre als die p2000 die fahrer muss ich mir hingegen mal angucken also ist halt hier noch auf laut sprechen da kommt die galil pew 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 die im battle game einsatz das ist ja verlobt 0,24m es ist einsatz 10.000 euro limited edition über die noch nie gezogen 50 cent profit kommt 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 so 50 kisten aufgehebelt geht es euch eigentlich auch immer so beim kisten aufhebeln ihr macht halt so eine auf oder zehn kisten für ein video wäre es dann kiste nummer 51 keine ahnung wie lange ich jetzt schon hier sitze ich glaube dreiviertel stunde insgesamt muss man ist das live symbol streicheln mit dem mauszeiger was auch sehr positiv auf das live ein wirkt ist wenn man die konturen des fragezeichens nach fährt den punkten natürlich nicht vergessen und dann kommt das neu und dann kommt das nepp verstehen sind nur handschuhe das mit dem daumen nach oben da schreibt mir die kommentare es soll ich auch so geht die kiste aufmacht einmal habt ihr 51 kisten geöffnet oder mir glaube ich ist es sicher mir den überblick verloren es ging so schnell so das man immer weg und dann ja könnt ihr noch meinen kanal abonnieren um keine weiteren videos mir zu verpassen dann sage ich tschau und bis zum nächsten mal euer alex bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.